Big One and of euch recht herzlich willkommen hier zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute kommt Part 2 von meinem Project Zero und ich habe einen Gast dabei. Hey Kinder, was geht denn bei euch ab? Junge! Ja, ich freue mich, dass ich dabei sein darf und ich bin schon gespannt, ich habe schon Angst und ein bisschen Pipi in der Hose. Auf jeden Fall, Dumplapla ist in der Videobeschreibung verlinkt, schaut auf jeden Fall bei seinem Kanal vorbei. Und wir werden uns heute nichts geben. Es wird eine Art 1 zu 1 in leicht abgewandelter Form. Jeder hat ein Team von 4 Recruit-Bots, das heißt auf jeder Seite wird es 4 Recruit-Bots geben und welches Team zuerst 200 Kills erreicht mit Streaks am Start. Genau, es wird höchst emiziös. Ich habe eben hier unqualifizierterweise rumgedrückt, aber ich glaube, es ist alles noch richtig eingestellt. Ja, läuft, läuft. Okay, Unlimited, 200 Points, 2 Teams, wir haben jeder 4 Bots auf Recruit, weil wir schlecht sind. Ja, genau. Fangen wir an. Okay, es kann meinetwegen losgehen. Wenn jetzt der eine oder der andere denkt, oh, was ist das jetzt, die spielen gegen Bots und so. Aber das ist nicht ganz so. Also ihr müsst euch denken, wenn man sich die Streak aufbaut, dann kann halt immer noch dieser PvP-Spieler, also in dem Fall der Dumplapla oder Killer13, wie hier jetzt hier im GameAttack, kommen und einen von der Streak runterholen. Das heißt, wenn jetzt der Gegner zum Beispiel auf Streak ist, könnte man ihn auch suchen. Man sagt, okay, ich vergesse jetzt die ganzen Bots, ich fokussiere mich auf ihn, um ihn wieder von der Streak runterzuholen. Also da steckt schon eine gewisse Taktik dahinter, die man natürlich an den Tag legen muss, um das Ganze zu gewinnen. Und wenn es richtig blöd läuft, stell dir vor, kurz vor Hundestaffeln, dann kommt es ein blöder Bot und knallt dann über den Haufen. Bitte. Ja, und das kann halt auch passieren, selbst ein Refutball kann er ihn wirklich holen. Alter, ich hab Angst. Oh, erstmal ein Kill gemacht, schnell weg, schnell weg. Und du hast wieder ein mit Schild. Hey, wir haben vorhin ein paar Übungsrunden gemacht und wollen einfach ein mit Schild, was ist da los? Was sind meine Schildies? Ich weiß nicht, ich bin grad ein bisschen... Ich bin ein Ultraschiss. Ey, wir sind gerade eben rumgeraten, haben jeder einfach... Jeder einfach sofort 100 Nuklears gemacht und jetzt habe ich 100 Nuklears in der Hose. Hilfe. Und zwar hinten, wäsch. Na vorne, wo sie gut werden. Okay, so. Die zwei Streaks sind gleich, Hundestaffeln, Schwarm. Die dritte Streaker haben wir uns frei auswählen dürfen. Das heißt, Killer hat da was anderes als ich. Beziehungsweise der Doom-Budder. Doom-Budder ist der YouTube-Channel-Name. Genau. Doom-Budder 13 ist meistens der Gamatec. Nein! Oh Gott, ich dachte kurz, das wirst du... Ich muss mal nachladen, das dauert ja 100 Jahre hiermit. Oh, das war ein Team-Mate. Hast du wieder die Pimmelwaffe da? Ich habe wieder hier meine L-Sat. Mit 100 Schuss. Ich gebe gerade mal an Obacht, wie er sich hier mal hinschmeißt, der Ganove. Dropshot. Down. Down. Ich bin aber auch gerade hart am Campen. Ich muss eigentlich mal jetzt weg hier. Ich bin echt eine Drecksau. Oh Gott, Spawnflip. Plötzlich kommt die von der anderen Seite. Nein! Alter! Der Bot steht hinter mir und hat mich... Hat mich fast geneift. Oh mein Gott, heftig. Okay, warte. Ich weiß nicht, wo ich spawn. Ich hab's mich hier und drüber einmal was rausgehauen. Okay, das wird jetzt richtig reinballern. Okay, ich hab das ganze Team geholt, aber Killer war nicht dabei. Ich bin im Häusel, Mensch. Hab mich versteckt. Ich hoffe einfach mal auf meinen Tarnhelikopter. Ist jetzt Spawnflip? Nee, da ist gar keiner. Da ist gar keiner erinnern mir. Doch, 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 doch. Spawnflip. Oh shit, Mann, ich hab so Angst. Okay, jetzt sehe ich gerade meine Pimmels spawnen wieder auf der Seite. Okay, Killer hat direkt seinen Tarnheli rausgeballert. Ja, ich hoffe, dass er mir zur Seite steht, aber ich renne. Mann, ich bin noch zu defensiv. Ich hab voll Angst. Ich hab voll Angst. Und ich hab... Nein! Außer sauknapp, oh mein Gott. Alter, was ist das für eine Waffe hier? Warum ist die Waffe so blöd? Warum ist die Waffe so scheiße lang? Warum hat das Dimm gemacht, ey? Ey, 22 Schuss, Wallen, bitte töte mich. Nicht. Wer ist hier in der Garage? In der Garage, lächerlich. Ich bin ja nicht in der Garage. Willst du mich verarschen, Mann? Nein! Schön, Gassi gehen, Hündchen. Auf geht's, Gassi. Alter. Nein. Oh, Killer, Killer, nein. Ich hab mir noch Sorgen gehittet, ne? Die blöden Köhitter, Mann, wie sie hier rumrennen. Ich hab Augen gesperrt, Ende. Nein. Nein, 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 nein. Alter, man hat mit dem Hund gesprochen, so auf Japanisch. Irgendwie, geh weg. Oh mein Gott. Changing. Wo spawnt ihr? Wo spawnt ihr? Gib mir mal ein paar Tipps. Wir spawnen bei uns am Spawn. Okay, okay. Alter, bin ich gerade hippelig. Hier, bitteschön. Was? Oh Gott. Ich wollte gerade was reindrücken, aber es geht nicht. Wir schmeißen eine C4 und ich konnte sie nicht mehr auslösen. Wolltest du schon wieder C4 schmeißen? Du hast sie geschmissen. Ich glaub sie geschmissen, aber wir konnten sie nicht mehr auslösen. Shit, bro. Have one, bro. So, haut mal raus. Sie seht, trotz meiner Streak ist es immer noch sehr knapp. Also nur 10 Kicks. Oh nein, Mann. Trotzdem ein sehr knapper Unterschied. Schreibt mal in die Kommentare unsere Prognose, damit ihr jetzt denkt, wie das Ganze hier ausgehen wird. Aber man hätte bis zum Ende gucken hier, Schlawiner. Ihr müsst schon jetzt schreiben. Was? Du hast Hunde? Hä? Wann hast du dich gedacht? Ich hab dich von der Strik runtergeholt. Als deine Hunde mich attackiert haben und ich vom Dach runtergesprungen bin und dich gekillt hab, dann hab ich die Hunde bekommen. Und dann bin ich gestorben. Okay, oh mein Gott. Dann wird das ja ein richtig körperlicher. Und das mich dann genau jetzt aufgeholt. Meine Ohren jucken. Eine Sekunde. Nein, dieser Dreckshund. Dieser Dreckskötter. Er hat kein Sporten gesagt. Hey, Sporten 101. Mein Name ist Pain. Nein. Ich hab eingezucht, wieder ausgesucht. Ich bin irgendwie aus aufregend zweimal auf die Scheiße. Ist wieder Spawnflip hier? Ja, es ist Spawnflip. Ich raste aus. Wall-in ist es. Oh mein Gott, warum hab ich keine Munition mehr? Ah. Mehr Munition, bitte. Oh, Wall-in. Oh, Wall-in. Oh, Wall-in. Oh, Wall-in. Oh, Wall-in. Nein, Mann, was geht's? Was geht denn hier ab? Ich hab einfach nichts getroffen. Alter, aber ey, ich hab aber... Ich hab auf deinen Mate geschossen, der vor dir war. Und du bist halt dann voll reingerusht. Das war natürlich wieder eine harte Pille. Oh mein Gott, ich hab perfekt hochgehemmt. Okay, ich muss mich jetzt hier ein bisschen mehr konzentrieren. Ich kann so nicht weitergehen. Ich bin gerade richtig im Flow. Richtig im Flow. Im Power-ish. Deutsche Männer. Alter, Wall-in von hinten. Ich dachte nicht, dass du noch durchkommst, aber du warst im Haus, natürlich. Aber du warst im Haus, natürlich. Ah, ha, ha, ha. Oh mein Gott. Jetzt ist es gerade... Ja, aber ich bin auch noch ewig weit weg von irgendwelchen Streaks. Ja, ich hab noch eine, ich hab noch eine Überraschung für dich. Die konnte ich mir vorhin noch aufbauen, aber ich war gerade eben kurz davor, alle wieder aufs Neue zu haben. Und dann, äh... Und dann kommt der Wall-in. Alter, mein Aim ist... Mein Aim ist dahin. Aber wir haben da wieder schlichte Team-Stick-Connect. Oh ja, ich... Jetzt wollen wir mal so ein bisschen weiterspielen. Ja, ist wieder da cool. Ist wieder da cool. Okay, okay, okay. Wir werden jetzt einfach weiter durchziehen. Nein, aber scheiße. Was? Und dies? Ja, ich kann nichts machen. Fuck, ich hab mir doch keine Taktik gemacht. Ich kann das mitmachen, oder? Die wolltest du da vorhin umgegangen? Das macht jetzt voll Sinn, weil ich dann sowieso sterben werde. Nein, 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 nein! Also du bist immer noch da oben. Guck mal, da runter. Ja, nee, ich kann... Klettern hätte jetzt in dem Fall... Ja, das ist kontraproduktiv gewesen. Ja, ich dachte, du wärst runtergesprungen. Fuck. Ich dachte, du wärst runtergesprungen, als du, ne? Das sah so aus, als wärst du runtergejumpt. Dann war ich überrascht. Was ist das so? Das war nur überrascht, du weißt? Oh mein Gott, die Connection ist richtig. Ja, das kommt wieder. Was kannst du hier normalerweise, ne? Du hast mich, du hast mich im Haus gefickt mit deinen Bums. Ey, bitter. Im Haus. Ist die Connection wieder nice? Oh Gott. Hast du das gehört? Du hast mich im Haus gefickt, du Sack. Ja? Mit deinem Schlag, ja. Ich war im Haus und dachte, so, jetzt kann ich kurz mal hier sitzen bleiben und mir die Klöten rasieren. Aber nein. Aber nein. Ich bin einfach starbe, weißt? Oh, oh. Oh, oh. Schau her. What? Wehe. Kein, nein, da war doch ein einziger Schild. Hier waren gerade eben drei aufm... Nein. Ey, deine Bons sind zum... Brechen. Immer kommen sie mit ihren ekligen Knives und wollen mich anfassen. Das wird knapp, also ich... Das wird richtig knapp, meine Freunde. Shit, ich habe gerade voll Schiss. Nein! Oh mein Gott, kurz vor dem verkackten Heli kommt dein Bord und du schießt mich mit seinem... ...verkackten, selbst geschnitzten Revolver in die Fresse. Ah. Alter, so eine bittere Pille habe ich schon lange nicht mehr erlebt. Wicke. Nein. Ah. C4. C4 hat mich gerettet, aber sowas von... Oh mein Gott, nein. Ich habe ja bestand in your anus. Nein. Oh mein Gott, den Nate hat ich nicht gefickt. Ich ratze aus. Nein, schon wieder ein Kiffer-Schwarm. Nein. Okay. Ultra knappe Runde, Mann. Hey, wie du immer... Alles. Deine Fotzen, Nate. Die Nate hat mich gefickt. Echt? Oh Gott, deine Hunde. Bitte bleib weg von mir. Hundi. Okay, gut bleiben. Hundi trinken mich nicht. Nämlich viel zu langsam sein für die Kirne. Für den Darm-Bibble. Nein, noch einer. Oh mein Gott. Oh mein Gott, hast du gesehen? Ich habe in zwei Hunden gegampft. Das war übelst episch. Alter, die wollten mich gerade aufbressen und das haben sie dann auch... Oder hast du mich gekillt, dass du mich erlöst? Dass sie mir nicht die Glöten rausreißen. Nein, da war nur... Nein, da war einer für mehr dran. Ich habe es gesehen, ich habe es gesehen. Oh Gott, Alter, wie knapp das wird. Und da kommt einer mit der Snipe. Oh, fick nicht, nicht. Ich muss weg, Leute. Geht weg. Nein, scheiße, Mann. Da kommt Vorlin von der Seite und fickt mich weg. Oh Gott. Oh Gott, und danach machen wir noch übrigens noch eine Runde. Nur mit... Ne? Ohne Streaks. Genau. Non-lethal heißt das dann, oder? Ja, ja. Kinder, das wird haarig. Ich kann gerade nicht, ich muss mich kurz richtig konzentrieren. Zehn Kills Differenz. Ich bin gerade runtergeholt wieder von der Streak. Was, was, was? Das wird minimiert. Warum hat sich mein scheiß Ding minimiert? Call of Duty hat sich minimiert. Ich habe es jetzt wieder geöffnet. Bist du wieder da, bist du gestorben. Alles cool. Warum hat sich das jetzt eben kurz minimiert? Ich könnte kotzen, Alter. Ja, bist du wieder drin? Läuft die Aufnahme? Alles cool? Ja, das läuft. Nice, weil bei mir bricht bei sowas immer die Aufnahme ab. Das ist fakey. Aber wisst ihr, der Werl hat sich selbst schon ein Programm gemacht, dass er aufnehmen kann. Trotzdem. Alter, die Bombs bleiben manchmal einfach stehen. Was ist mit dem los? Nein, bitte nicht spawnflip. Oh Gott. Nein, bitte nicht. Bitte nicht töten mich. Alter, scheiße. Wo seid ihr alle? Ha? Ich bin kurz vor irgendwas. Ha? Alter. Und es kommt keiner irgendwie her und sagt irgendwie Hallo. Ah. Oh Gott, ich war doch nicht kurz vor irgendwas. Ich bin jetzt erst kurz vor irgendwas. Das war aber ganz, ganz starkes Pech. Ich höre auf zu schießen einfach, obwohl er noch nicht tot war. Das kann ich am besten. Okay, hey, hey. Hey, hey. Wallen! Warum hinter mir? Warum? Was steht das gemacht? Oh mein Gott, ich habe durchgängig geschossen. Wie zur Hölle bist du nicht umgefallen? Und wie zur Hölle haben deine Leute alle Raketenwerfer dabei? Der Botz haben immer Raketenwerfer dabei. Alter Wallen, nein, das ist mich geholt. Ich raste aus. Ich muss erst mal ein Flash werfen, vor lauter Verzweiflung. Oh Gott, ich habe was versehen. Nein, was habe ich gemacht? Ich habe was versehen, Gottne. Ich habe gerade eine Sniper aufgehoben. Nein! Ich habe gewusst, dass du da stehst. Und ich bin wie so ein Gaylord einfach zu dir hingeschlichen und wollte dir ein Küsschen auf die Backe geben. Okay. Er ist weg. Es ist okay, er ist weg. Nein! Okay. Mir hat schon ein Bot. Was tut das da hinten? Ja, ich habe meinen Blutschlag ausgelöst. Das habe ich mir gerade ein bisschen... Ich habe mir eine Ruhe gebraucht. Ne, ich dachte nur, mich hat ein Bot gekillt. Ne, ne, passt schon. Alter, wie knapp wird das jetzt, bitteschön. Na, ich habe drei Stücke geholt, aber da war man am Fenster. Ja, das wäre ich, das wäre ich. Wie kommen da manchmal Bots vorbei? Behindert, behindert die Kacke. Nein, scheiße, man. Ich habe mich für richtig verhämt gerade. Okay, Concentration. Es gibt nicht mehr viele Kills. Bis 200. Oh, und er überrollt mich einfach. Nein. Das ist echt fett, die du da hast. Was habe ich da aufgehoben? Swat. Ich hasse es, wenn ich irgendwelche Waffen aufhebe. Nein, 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 nein. Oh Gott, wie habe ich... Wall-In, das hättest du sehen müssen. Das war eigentlich ein verdienter Kill, aber nicht für mich. Ich habe dich da ganz lang rumtänzeln sehen mit deiner Waffe, die du da ausgehoben hast. Aber alles war schön. Alter, Alter, was mache ich? Bin ich so? Whatever done. Geht weg! Dann darf ich sie mich erst mal blockieren, weil sie Spaß daran haben. Oh mein Gott. Alter. Wenn ich jetzt einmal eine gescheite Waffe hätte, ne? Was gibt's denn? Die ganze Zeit hier bin ich in Swat und so eine Scheiße auf. Hast du nicht mehr da in... Wir haben einfach keine Autos. Doch, aber ich habe bewusst was aufheben, weil nachher an so Mann dort mit dem Scheißfinger. Was liegt auf dem Boden? Nur Swat und irgendwelche Burst-Scheiße. Die total... Nein, genau. Wo ist er jetzt kommen? Scheiße, Mann. Jetzt kommt er. Jetzt kommt er und verhilft mir. Irgendwie. Zu irgendwas. Nein, Scheiße, Mann. Da waren so viele... Ich habe nur Mates gesehen die ganze Zeit. Alter, der Spawn-Flip wieder. Ich war Raffi's echt nicht mehr. Kann er den Ding bringen? Ummachen vielleicht? Ah, shit. Ja, okay, das war's. Ich bin... Ich bin... Zweimal bin ich... Habe ich den Swarm nicht geschafft. Zweimal Hundestaffeln, aber dann konnte ich nicht weitermachen für den Swarm. Das hat mir den Loose gebracht. Er war so knapp. Alter. Zwischendurch war es zwei Kills knapp oder sowas, aber dann... Ah, bin ich ganz eklig gestorben. Das Problem ist mit der LSAT, wenn du da nachladen willst, dann wird's richtig eklig, weil... Ja, guck mal. Ach so, okay, der ist von außerhalb reingesprungen. Ich dachte, der ist gerade aus der Map raus und hat da jemand gekillt. Cheaterhund. Ach. Okay, so, die erste Runde geht an Mr. Killer. Der ist knapp. Alter Verwalter, ist mir heiß jetzt. So, das war's dann, meine Freunde. Ähm, die erste Runde geht an, äh, Killer, beziehungsweise Dumpabler. Schaut auf jeden Fall bei ihm auf dem Channel vorbei. Okay, und ja, beim nächsten Mal wird es, äh, wie gehabt, äh, Non-Lisels geben. Das heißt, äh, da kann jeder halt Drohne, Konterdrohne, Orbi oder was auch immer. Die Streaks dürfen halt keine Kills verursachen. Und, äh, da wird's um 75 Kills gehen. Also maximal 75 Kills. Werde zuerst die 75 Kills erreicht. Welches Team hat gewonnen? Wenn da ich jetzt gewinnen sollte, dann wird's ein Stechen geben. Ein 1 gegen 1 bis 10 Kills. Und, ja. Okay, das war's dann soweit. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.